Musik Ja, das war eine ganz lange Geschichte dahinter, die schon Kindheit hat angefangen. Schon gleichmals, sozusagen so, von dem Moment an, den ich mich kenne und zurückerinnere, hat einfach ein Gefühl, eigentlich dominiert, schon als ganz klein, einfach Angst. Die grösste mögliche Verzweiflung. Angst, innen drin Ruhe, ein Rasen, nur noch einen Drang, weg, auf die Strasse, raus runter, und zu der nächsten Brücke und ... ... und hat mich eine Wildfreunde angesprochen, und hat gesagt, mach keine Sache. Oder zuerst hat er gesagt, komm zurück, mach keine Sache. Musik 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 Ich weiss nicht, was auch passiert wäre, wenn er mich nicht angesprochen hätte, ob ich noch da wäre, oder nicht. Man sollte nie eine Hemmschwelle haben, jemanden anzusprechen, wo man merkt, was nicht gut geht, oder wo eine Krankheit im Spiel sein könnte, eine psychische Krankheit könnte da sein. Äh ... Es kann nie, nie falsch sein, wie öppen, aber an zu sprechen. Musik 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 Musik